Du hörst tägliche Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist, durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Wähle auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. 2. Petrus 2, Vers 19 Nun, wir sollen keine Sklaven sein. Wir sollen frei sein in Christus. Jesus, der kam, um dich zu retten. Gott Vater, der sich nichts mehr wünscht, als dass du frei bist, freigesetzt, entbunden. Kein Sklave mehr dieser Welt, kein Sklave Satans, kein Sklave der Dämonen dieser Welt, kein Sklave des Mammons, sondern ein Kind. Ein Kind, das zurückgekehrt ist nach Hause zu seinem Vater. Ein Kind, das die Tür gesehen hat, die der Vater ihm in seinem einzig geborenen Sohn geöffnet hat und somit Raum gemacht hat für viele weitere Kinder. Kinder, die verloren sind in einer Welt voller Dunkelheit, voller Irrweg und voller Zerstörung. Du, geliebte Schwester, geliebter Bruder, möge der Herr reichlich in deinem Leben sein. Mögest du Gottes Gnade reichlich in deinem Leben haben. Denn du sollst wissen, in dieser Zeit, in der die Bedrängnis so groß ist, in dieser Zeit, in der die, die nicht feststehen, unbefestigte Seelen also abgebracht werden vom rechten Weg und somit ihr Herz nicht recht schützen und von dieser Habsucht und von den Kindern des Fluches und der Gier abgelenkt werden. Verlorene Seelen, die zurückkehren sollen zu einem Vater, der sie liebt. Möge der Heilige Geist ausgeschüttet sein im Leib auf eine intensive, ganz neue Art. Mögest du die Gaben des Heiligen Geistes haben nach dem Maße, wie Christus sie hatte. So steht es geschrieben. So soll es sein. Mögest du die Waffenrüstung Gottes anziehen und standhaft bleiben, standhaft stehen, dem Feind keinen Meter Raum geben. Denn du bist ein würdiger Nachfolger, Jesus. Du bist ein Kind Gottes und du sollst in deinem Erbe sicher sein. Du sollst wissen, wer du bist, denn Christus Jesus, deine Augen geheilt, deine Ohren geöffnet, dein Herz befreit. Mögen alle unguten Verbindungen in deiner Seele gelöst sein. Möge jede Fessel um deinen Hals abfallen. Möge der Herr dich herausziehen aus dieser Dunkelheit, dieser Welt. Und mögest du erkennen, dass ins Licht zu treten nicht schwer ist. Schwer ist, die eigene Sünde zu überwinden, sie anzuschauen und zu sagen, ja, ich habe Fehler gemacht. Doch heute sollst du den Mut haben, ganz von vorn zu beginnen. Heute sollst du den Mut haben, aus den Mustern deiner Familie herauszutreten und nicht länger sagen, es ist eben so, über Generationen hinweg. Heute sollst du den Mut haben, zu sagen, ich bin eine neue Schöpfung. In Christus, Jesus, will ich wiedergeboren sein. Alles Alte ist vergangen, alles soll neu sein in meinem Leben. Halleluja, Lob reise den Herrn. Unseren Vater im Himmel gehört alle Ehre. Lass uns gemeinsam beten. Vater, Im Namen Jesus komme ich zu dir. Vater, erneuere mich. Denn ich will mich abwenden von der Sünde und mich auf dem rechten Weg bewegen. Der Heilige Geist möge mich führen, möge mich erneuern, Möge mir den Glauben Jesu geben. Der Heilige Geist möge mir Charakterfestigkeit und Erkenntnis geben, sodass ich in meiner Gottesfurcht wachse und standhaft aushaare auf deinem Wort, Vater. Ich will mich mit der Liebe bekleiden und sie nie wieder ablegen. Groll, Zorn, Wut, Gier soll jetzt im Namen Jesus aus meinem Leben verschwinden. Jeshua HaMashiach. Amen.